hallo zusammen kann ich es gerne zwischen quatschen nicht so so wo fahren wir keine Ahnung mal gucken wie wir den Ballern hier ah ich muss bei der Modestation was machen mir wird hier eine Teamleiste mit den Schiffssymbole angezeigt also ich habe gerade nachgeschaut ob da ein Update gekommen ist oder so aber kaum geht es mhm ja ich muss nach der ich will jetzt nicht als erster in AD fahren ich kenne meinen Kutter mein Fischkutter ja ich weiß nicht wohin mhm sagen ja die Britannien guck doch mal wie weit die weg ist alter wie wo fährt die denn hin die fährt ja jetzt schon am Kartenrand ja von der Seite angreifen na toll die wird ja gleich niedergeschossen die Oma hat die haut ab von der Britannien ja ja die Kongo und die wie hat heißt das ähm com 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 wie Sau hab mal Hydro angeschmissen Oh, in der Mitte kommt eine Phoenix durch Oma, nicht biechen Aua, aua Warte auf, was machen sie jetzt schon Gegnerischen Zerstörer Aua, wo bleibst sie denn da? Aua, Mist Die Hunde hier ballert Aua, Mist Uiui Jetzt wird die wieder zurück Die wieder Warte, ich hab wieder eben eine schöne Zitadelle Warum geht das jetzt nicht? Oh, ne, jetzt wirklich unser Zerstörer schon raus Oh, Gott Schlachtschrift, das fährt auch da volle Pulle rin Mann Oma steht auch unter dem Berg Ich komm nicht ran Alter, ich muss jetzt weg hier Oh ja, brauchst nicht mehr viel Ja Ich werde wahrscheinlich durch die Dusche An der war ich ja eigentlich dran Königsberg steht auch da bei 18 Kilometer rum Ich guck mal ob ich bei A den Zerstörer noch mit Da fährt ja auch nur den Königsberg rum Und die anderen die fahren da Ja Ja So weit außen Äh, dass ich sie zwar auf der Karte sehe Aber ich sehe sie so nicht mehr Bisschen akusisch Ich zeige Unser Schlachtschiff ist kaputt Ah, ich werde hier gleich drauf gehen Ich bin total Beschisse gefahren Ja Ja, dann bin ich weg Kacke Ja, weil die wieder sonst wohin geguckt sind Hm Wisset ja Ja klar In der Dujatois der Salamist Ja klar Ja Ja Ja, manche die haben schon Also Also Das ist jetzt zu stehen König Okay Lecker stehen Vielleicht noch ein bisschen Schaden nochmal Ja Also anstecken will ich ja schon Könntest du auch mal rein? Ach da Ja, aber rein Ach und der König, äh, die Kongo hier zeigt schön breitseite Ja Das sieht ja So, jetzt bin ich offen Hm nope Hat leider gelöscht Ich kann halt luôn Ja Ja, ja Das gegnerische Team hat die Führung übernommen das dauert da kommt die Lucia das ist ein kleiner leichter Keks ich will das voll schießen auf mich oh Gott alter ja 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 naja der ist auch hier wo so ein kleiner leichter Keks nächste Runde nächstes Schiff abbrechen nö weiterlaufen lassen weiterlaufen lassen ok weiterlaufen ganz frech weiterlaufen lassen m 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 ja schließe ich mich an wenn wir uns zusammentun sind verunschlagbar wir stehen natürlich ganz außen hat wird eine kurze runde 1 streng mal ein bisschen an ich habe erstmal gas geben ich weiß nicht aber wenn ich gas gebe liegt nicht direkt ein ich weiß nicht wohin aktuell ich mache hier erstmal kraft hier ist ich probiere ein bisschen hier nach außen bei den inseln mal und vielleicht von der seite ein bisschen was machen kann alter die torpedostaffeln oj vor der unterstützung an ja mein flieger gestartet und schon markiert den torpedoflieger alle stationen vorher auf das ziel konzentrieren wo sind die hin zum kartenrand geflogen keine ahnung den weg aber bestimmt gleich wieder aufmachen ja so guck mal das ist ein schiffchen voll jas der dreht weg ok hier kommen die flieger zu mir jetzt aber wobei die können ja noch keinen manuellen abwurf machen ja sie gerade aber ich muss mal kurz hier abdrehen abdrehen und dass ich keine von den anderen doch nicht dass ich mal treffe hier bei der streuung und auch eine zitadelle 10.000 oh gott hat denn alles klar er kommt doch hier rüber nee mir ging es jetzt hier schiffe technisch die da konnte jemand rüber schießen ja der wird das mal auf mich hin oder oder direkt voraus ich glaube ich hab mich nicht aufgeschossen was taput ist da gab es ja alles alle stationen melde position eines strategischen ziels Uiuiui New York Oh ja da? Ich glaube eigentlich Toredo-Reichweite 8.2, ok Weizvolle Pulle Ich kann hoffen, dass keiner jetzt von der Seite rüberschießt Geht nur so Jörg, hier fährt so ein beschissenes Winkel da oben Gegnerischen Flugzeugträger entdeckt Schon mal dazu, das ist doof Oh Kaiser, komm mal rum hier Oh, schöne Tarnung hast du drauf Bremsen Oh, 6-7, ok Da steht der Kaiser gleich Die bremst Feuer auf gegnerisches Krieg Ah, die nächsten Flieger, komm Auch mal 6er Oh, da muss ich mich jetzt auch weiter bewegen Gehen Die umstrahlen mir das gewünscht Was? Hm, das ist 1000 Gehen Okay, dann müsstest du den Träger schon offen haben Ne, noch nicht Ich stehe auch noch hinter der Insel Klar, ein bisschen tiefer halten hier Gehen wir gleich Gehen wir gleich Boah, scheiße, den Träger rein Ja, der brennt auch nochmal Ich weiß nicht, was der Träger für einen Tarnwert hat Oh, da kamen wir drüber geflogen Oh Manns Oh Manns Gegner, es ist Schlaffschiff gesichtet Hm Oh Gott Oh, schön Ah, toll Wieder drauf geschossen So, es ist aber so langsam in den hier Käpt'n, weil die Position ist leider aus dem Temp'n New York und Combo ist, haben wir noch hier Hey, Kappner, ich bin weit offen Von daher Ja Oh, Karlsruhe Ich hab' ja schon irgendwie mehr gesehen, das Schiff Ja Alter, wo sind denn die ihre scheiß Flugzeugträger hin? Da war so los auf dem Sack hier So, New York Ach, auch wieder Bus 1000 Eieieieiei, halt, 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 halt Okay, wirklich los auf dich Oh, ganz knapp New York schießt auf dich Oh Gott, die Torpedos groß wäre ich schon Oh, die Horschung ist hinter der Insel 1,8 Mann, nur Meter, nee Nein Oh Da ist der andere Hm Bin aber grad mit New York beschäftigt Kannst du dich jetzt um die Träger kümmern Bitte Ja, ich versuch's Warte, ich mach' ihr Kinschan Na ja, gut, ich schieße auch Ihr muss auch'n Arsch Was, Steuerbord, Torpedos? Ach so, deine Ja Unser Team hat die Führung übernommen Äh, 7000 Äh, oh Gott Ja, danke, nochmal Alter, ich steh' angewinkelt zu dir, du Müsstlacke Oh, komm, jetzt laden wir Oh, komm, jetzt laden wir Damit hätt' ich jetzt aber nie gerechnet Damit hätt' ich jetzt aber nie gerechnet Nicht doch Ja Ja Aber ich glaube, jetzt haben wir auch unseren Trägern zu bedenken Oder? Naja, gut Abschluss haben sie zwar nicht gemacht, aber Ich denke mal... Schaden haben sie ausgetailt Cool Ah Ja, nochmal 3-3. Inno, der brennt doch wieder. Die Streuung des Wahnsinns. Und trotzdem getroffen. Gegnerische Schlachtstück zerstört. Ich hab nur geguckt, wo er langt. Den zweiten Brand verpasst. Oh, war schön. War spannend. Ja. Ich hab doch überlebt. Ja, siehste. War 53.000 Schaden. Ja, zweiter, dritter. Oh, okay. Boah, den können Sie später noch vier Stück versenken? Ja, die Hoshio wird auch gekotzt haben mit ihren Torpedofliegern, dass sie nichts hingekriegt hat hier. So, Container. Oh, ich hab schon da welche gekriegt. Ressource. Zack. Oder welche? Ah, die haben wir gekriegt. Und jetzt in den Container sammeln. Und mal gucken wir gleich die Dingsrunde. Mal was zu machen. Oh, zweiter Platz, ja, bei der Phönix. Zwar verloren, aber 5 zieht das. Schön. Jo. Ja. So scheiße wie die erste Runde war, so gut wäre die zweite. Dann sagen wir mal ciao, oder? Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Macht sie, ciao.